In Bayern hat das Tabakschnupfen schon lange Tradition. Und mit dieser handgefertigten Schnupfmaschine holen Sie sich den vergnüglichen Brauch nun auch nach Hause. Die Maschine ist aus massivem Echtholz gefertigt und aufwendig verarbeitet. So macht sie nicht nur im Einsatz eine gute Figur, sondern auch als origineller Blickfinger zu Hause, im Vereinsheim oder im Büro. Der Tabak wird in der eigens dafür vorgesehenen Schublade aufbewahrt. Ein passender Portionierungslöffel ist natürlich auch dabei. Damit streuen Sie die gewünschte Menge Tabak auf die beiden Löcher der Abschussvorrichtung. Drücken Sie den Hebel rechts nach unten und spannen Sie den Fallhammer. Lösen Sie den Hebel wieder, der Hammer ist nun in Position. Jetzt gilt's. Positionieren Sie beide Nasenlöcher über den Schnupftabak-Häufchen auf der Abschussvorrichtung. Ein Blick in den Spiegel sagt Ihnen, ob alles passt. Drücken Sie nun erneut den Hebel rechts und genießen. Selbst wenn etwas daneben ging, kein Problem. Die original bayerische Schnupfmaschine bringt den Nasenreiniger gleich mit. Einfach die Nase über dem Pinsel halten und die Kurbel betätigen. Fertig. Die bayerische Schnupfmaschine ist ein origineller Spaß, der jede Runde noch geselliger macht. Und das Beste an dem guten Stück, der Konsum von Tabak, ist damit auch in Gasthäusern erlaubt.